Virginia Woolf Glück Als Stuart Elton sich bückte und ein weißes Fädchen von seiner Hose schnippte, erschien der triviale Akt, der, wie es nun einmal war, von einem Erdrutsch und einer Lawine der Wahrnehmungen begleitet wurde, wie ein von einer Rose herabfallendes Blütenblatt. Und Stuart Elton richtete sich auf, um seine Unterhaltung mit Mrs. Sutton wieder aufzunehmen, und er fühlte, dass er erfüllt war von vielen Blütenblättern, die fest und dicht eins auf das andere gelegt waren, alle gerötet, alle durchwärmt, alle getönt von diesem unerklärlichen Glühen, sodass, wenn er sich bückte, ein Blütenblatt fiel. Als er jung war, hatte er es nicht gefühlt. Nein, jetzt mit 45 Jahren musste er sich nur bücken, nur ein Fädchen von seiner Hose schnippen, und es stürzte durch ihn herab, durch ihn hindurch, dieses schöne, ordentliche Gefühl des Lebens, dieser Erdrutsch, diese Lawine der Wahrnehmung, um mit sich eins zu sein, wenn er sich wieder aufrichtete, geordnet. Aber was sagte sie gerade? Mrs. Sutton, die immer noch an den Haaren über die Stoppeln und kreuz und quer über das umgebrochene Land der frühen, mittleren Jahre geschleift wurde, sagte gerade, dass Direktoren ihr schrieben, sogar Verabredungen trafen, sie zu sehen, dass aber nichts dabei herauskam. Was es für sie so schwierig machte, war, dass sie selbstverständlich keine Beziehungen zur Bühne hatte, waren ihr Vater, all ihre Leute, doch nur Leute vom Land. Hier schnippte Stuart Elton den Faden weg. Sie hörte auf zu sprechen, sie fühlte sich zurückgestoßen. Ja, Stuart Elton hatte, was sie wollte, fühlte sie, als er sich bückte. Und als er sich wieder aufrichtete, entschuldigte sie sich. Sie redete zu viel über sich selbst, sagte sie, und fügte hinzu, sie scheinen mir der weitaus glücklichste Mensch zu sein, den ich kenne. Es stimmte merkwürdig überein mit dem, was er gedacht hatte und in jenem Gefühl des sanften Herabstürzens des Lebens und seiner ordentlichen Wiederherstellung, dem Gefühl des fallenden Blütenblatts und der ganzen Rose. Aber war es Glück? Nein, das große Wort schien nicht darauf zu passen, schien sich nicht auf den Zustand zu beziehen, in rosigen Flocken, um ein helles Licht gewellt zu sein. Jedenfalls, sagte Mrs. Sutton, sei er von all ihren Freunden derjenige, den sie am meisten beneide. Es schien alles zu haben, sie nichts. Sie zählten, jeder hatte genug Geld. Sie ein Mann und Kinder, er war Junggeselle. Sie war 35, er 45. Sie war im Leben noch nie krank gewesen und er litt ganz schrecklich, sagte er unter irgendeiner inneren Geschichte, hätte am liebsten den ganzen Tag Hummer gegessen und vertrug ihn nicht. Sehen Sie, rief sie aus, als hätte sie es damit getroffen. Sogar seine Krankheit war ein Witz für ihn. War es das Abwägen einer Sache gegen eine andere? fragte sie. War es ein Sinn für richtige Proportionen? War es das? War es was? fragte er, wohl wissend, was sie meinte, aber voller Abwehr gegen diese verhuschte, vernichtende Frau mit ihrer überstürzten Art, mit ihren Kümmernissen und ihrer Eindringlichkeit, Geplänkel und Gedrängel, bei der die Gefahr bestand, dass sie diesen sehr wertvollen Besitz umstieß und zerstörte dieses Gefühl. Zwei Bilder blitzten gleichzeitig vor seinem inneren Auge auf, eine Fahne im Wind und eine Forelle in einem Bach. Im Gleichgewicht zu sein, in der Schwebe, in einer Strömung sauberer, frischer, klarer, heller, leuchtender, prickelnder, allumfassender Empfindung, die ihn wie die Luft oder der Bach aufrechterhielt, sodass, wenn er eine Hand bewegte, sich bückte oder egal was sagte, er den Druck der unzähligen Atome des Glücks verschob, die sich schlossen und ihn wieder aufrecht hielten. »Für sie ist nichts von Bedeutung«, sagte Mrs. Sutton. »Nichts verändert sie«, sagte sie unbeholfen, kleckste und spritzte um sich herum, wie ein Mann Mörtel hierhin dorthin tupft, um Ziegel zu zementieren, während er still dastand, sehr geheimnisvoll, sehr zurückhaltend, versuchte, etwas von ihm zu bekommen, einen Hinweis, einen Schlüssel, eine Richtlinie, beneidete ihn, verabscheute ihn und spürte, dass, wenn sie mit ihrer emotionalen Skala, ihrer Leidenschaft, ihrer Fähigkeit, ihren Talenten dies noch dazu hätte, sie Mrs. Sittons persönlich sofort Konkurrenz machen könnte. Er wollte es ihr nicht sagen. Er musste es ihr sagen. »Ich war heute Nachmittag in Kev«, sagte er, beugte das Knie und schnippte noch einmal darüber, nicht etwa, dass ein weißes Fädchen da gewesen wäre, sondern um sicherzugehen, indem er die Handlung wiederholte, dass seine Maschine in Ordnung war, was sie war. So würde man, wenn man von Wölfen durch einen Wald verfolgt würde, kleine Stückchen Kleidung abreißen und Kekse brechen und sie den unglücklichen Wölfen zuwerfen, sich fast aber nicht ganz sicher fühlen auf seinem hohen, schnellen, sicheren Schlitten. Verfolgt von dieser ganzen Meute ausgehungerter Wölfe, die sich nun über das kleine Stück Keks hermachten, das er ihnen hingeworfen hatte, diese Worte, »Ich war heute Nachmittag in Kev«, raste Stuart Elton beschwingt vor ihnen her, zurück nach Kev, zum Magnolienbaum, zum See, zum Fluss, hielt ihr Hand hoch, um sie zurückzuhalten. Unter ihnen, denn nun schien die Welt voller heulender Wölfe, erinnerte er sich daran, dass Leute ihn zum Abendessen und zum Mittagessen eingeladen hatten, jetzt akzeptiert, jetzt nicht, und an sein Gefühl, da auf der sonnigen Grasfläche von Kev, Herr der Lage zu sein, gleich wie er seinen Stock schwingen konnte, konnte er wählen, dies, das geht hierhin, dahin, brich Keksstücke ab und wirf sie den Wölfen hin, lies dies, sieh dir das an, triff dich mit ihm oder ihr, lande im Zimmer eines netten Burschen. »Allein in Kev«, wiederholte Mrs. Sutton, »Sie allein?« »Äh«, kläffte der Wolf ihm ins Ohr, »Äh«, seufzte er, wie er einen Augenblick lang in Erinnerung an die Vergangenheit, »Äh«, gesäufzt hatte, beim See an diesem Nachmittag, bei irgendeiner Frau, die etwas Weißes strickte, unter einem Baum, mit vorbeiwatschelnden Gänsen. Er hatte gesäufzt, als er das übliche Bild sah, Liebende, Arm in Arm, wo es jetzt diesen Frieden gab, diese Gesundheit, hat es einmal Untergang, Sturm, Verzweiflung gegeben. So erinnerte diese Wölfin Mrs. Sutton ihn wieder, »Allein«, »ja, ganz allein,«, »aber er erholte sich, wie er sich vorhin erholt hatte, als die jungen Leute vorbeigingen, hatte dies gepackt, dies, was immer es war, und es festgehalten und war weitergegangen, voller Mitleid für sie.« »Ganz allein?«, wiederholte Mrs. Sutton. »Das war es, was sie nicht begreifen konnte,« sagte sie, mit einem verzweifelten Rucken ihres dunkel-hellhaarigen Kopfes. »Glücklich zu sein, ganz allein.« »Ja«, sagte er, »im Glück ist immer diese ungeheure Verzückung. Es ist nicht Ausgelassenheit, noch Taumel, noch Lob, Ruhm oder Gesundheit. Er konnte keine zwei Meilen gehen, ohne müde zu werden. Es ist ein mystischer Zustand, eine Trance, eine Ekstase, die, ungeachtet dessen, dass er atheistisch war, skeptisch, ungetauft und den ganzen Rest, wie er vermutete, mit jener Ekstase verwandt war, die Männer zu Priestern machte, Frauen in der Blüte ihres Lebens durch die Straßen trotten ließ, mit gestärkten, bergten Alpenpfeilchen ähnlichen Grausen um die Gesichter und entschlossenen Lippen und steinernen Augen. Aber mit diesem Unterschied, sie machte es gefangen, ihn machte es frei. Es machte ihn frei von jeder Abhängigkeit von jemandem, von irgendetwas. Mrs. Sutton fühlte das auch, als sie darauf wartete, dass er etwas sagte. Ja, er würde seinen Schlitten anhalten, aussteigen, die Wölfe sich um ihn drängen lassen, er würde ihre armen, raubgierigen Schnauzen streicheln. Kev war wunderschön, voller Blumen, Magnolien, Azaleen. Er konnte sich keine Namen merken, sagte er ihr. Es war nichts, was sie zerstören konnten. Nein, aber wenn es so unerklärlich kam, so konnte es auch wieder gehen, hatte er gefühlt, als er Kev verließ, am Flussufer entlang nach Richmond ging. Ein Ast könnte herunterfallen, die Farbe könnte sich ändern, grün zu blau werden oder ein Blatt zittern. Und das wäre genug. Ja, das wäre genug, um dieses erstaunliche Ding zu zersplittern, zu zerschmettern, gänzlich zu zerstören, dieses Wunder, diesen Schatz, der sein war. Sein gewesen war, sein war, immer sein musste, dachte er, während er unruhig und nervös wurde. Und ohne an Mrs. Sutton zu denken, ließ er sie augenblicklich stehen und ging durch das Zimmer und nahm ein Papiermesser in die Hand. Ja, es war in Ordnung. Er hatte es immer noch.